Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Spaß am Wochenende. Ab ins Hauptprogramm und mal gucken was es jetzt wird. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Einen Ventilator am Ende. Okay. Los. Na, welches ist die richtige Tür? Oh, hier sind wir richtig. Da ist eine richtige Tür. Ab durch die Mitte. Und schnell durch. Am Ende muss man sich richtig beeilen. Da darf man auf jeden Fall nicht stehen bleiben. Na, was kommt jetzt? Oh, der Kreislauf. Zwei mal eine Runde. Hm. Hm. Ich glaube, da sind kleine Änderungen drin. Ah, so. Das ging ja mal schnell. Uh. Gut durchgekommen. Na. Hier einfach durchrennen. Die reine. Ich glaube, da ist der Weg. Um. Und. Um. 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 Wusste ich doch, dass wir einen zurück schleudern So, nur noch ein paar Mal gucken, was jetzt kommt Oh Weichen Stehbällen aus Heiß es jetzt Ach, direkt über mir ist das Teil Oh Den hat es direkt erwischt Nein Mich erwischt ihr nicht Und geschafft Wie viele sind rausgeflogen? Ziemlich viele, glaube ich Es hat nur noch neun übrig Oh, die Bergspitze Ähm, was? Was haben sie denn hier gemacht? Ja, ich bin glaube ich Blöder Ball. Genau in die Fresse. Ja, das hat mir schon gedacht, dass ich das nicht schaffen werde. Schicken und Ei, okay. Und weiter im Programm. Eine weitere Krone kriege ich dadurch, durch meinen, durch die Splitter. Mal gucken, welches Spiel mich jetzt erwartet. Mal gucken, welches Spiel ist. Der Tor-Hunger. Mal wieder etwas mit Tor, aber diesmal das andere mit dem Tor. Das andere Tor-Spiel sozusagen. Das es von Anfang an gab. Äh, what? turning wenn der hier raus wird. zę Gunde werden. Hal sehen wir, sie hat mit. Welz geht? Du hast du. Es denn? Oh, okay. Noch durchgequetscht Na Roll die doch nicht so lang Und durch Na was kommt jetzt? Noch der Kreisel Los Das ist der Hammer hier Warum ist der da? Und auch hier durchgekommen Und durch Danke Stütze von diesem Tor Nein Habe ich eigentlich gedacht Das wäre schneller Und durch Ich bin Na, was kommt jetzt für ein Spiel? Na komm schon, zeig's Ah, das schon wieder Gibt's denn mehrere Varianten, oder? Natürlich beginne ich hier Ab auf die Trommeln Bin jetzt bei 50% Irgendwann wird unser Und qualifiziert Dass man irgendwann so automatisch runtergeschoben wird Irgendwann passiert das automatisch Ah, die Blockparty Die Blockparty Was war das denn? So. Jetzt hier das, dieses schmale Tor hier. Oh, ne, 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 ne. Ja, da fahre ich nicht rein. Was ist das denn hier? Oh, das war gefährlich. Was war das denn? Das ist verdammt gefährlich. Das ist verdammt fies. Das ist verdammt. Oh, das Hindernisrennen. Aha, das. Ich glaube, das ist die normale Version. Natürlich fange ich ganz vorne an. Natürlich, Quetty Minion nimmt mich noch durch. Na, verdammt, ist das schnell, das erste Teil. Jetzt kommt die Beute. 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 So, Blasen platzen lassen. Hm, was ist das in der Mitte? Am Anfang sind sie da, also. Was sind die Beute? Oh, das ist ein Deck. Na! Da drüben sind wieder welche. Natürlich sind sie hier wieder. Wo sind welche? Da. Doch, nur noch 13. Nur besser, nur noch 2. Aber ich dachte mir schon, dass ich das nicht schaffen werde. Ich bin gerade ans Mikro gekommen. Autsch. Es hat gerade ein bisschen Weg. Ich muss aufpassen, wo ich meine Anklang an ihn gehe. Ja. Und ich würde sagen, das war eine weitere Folge von Spaß am Wochenende.